Wir freuen uns, dass ihr von euch mit uns seid und das ist ein YouTube-Kanal. Wir freuen uns, dass wir von euch gerne ein Zeugnismäckchen mitteilen. Von der haben wir hier jede Kauernhauern von Mexiko. Wir freuen uns, dass du hier mit uns bist. Heute wird uns ein bisschen die Geschichte verteilen, wie heute hier lebt. Uns Brüder hier im Haar haben eine große Fabrik, viele Arbeiter, viele Arbeiter, viele Arbeitgeber, die keine Ethik halten. Wir freuen uns, dass wir heute hierher zu kommen, ein Zeugnis für Jund und für Gott. Was für ein bisschen Metteile, wo du hier wohnen darfst, kann ich bitte sagen, wo du hier heute lebt. Ja, ich wohne hier in Manzanillas, heute ist die Kolonie hier, hier in Chihuahua. Ich bin hier abgeworfen, hier in diesem Dorf, bekomme ich 59 Teufel. Das ist, wo wir hier sind, das ist, wo wir hier leben, das ist, wo wir unsere Fabrik haben. Wie lange hast du hier gewohnt? Hast du hier abgeworfen? Ich bin hier abgeworfen, ja. Ich bin von der 49 Jahre und ich bin hier in der Haar. Menschen, die Jungen, dann hast du halt eine eigene Fabrik. Es kostet Menschen, Arbeitgeber, ich glaube, dort ist sehr fein. Und nicht bloß dort, mir gefällt dort, wenn ich hier dort Brüder im Haar haben, unsere Plotische Menschen, die in eine Goldbrücke, um andere Menschen von Jesus zu verteilen. Und dort kostet ich noch mit Metteile, da hast du eine schwere Zeit da gewohnt, eine sehr schwere Zeit. Ich glaube, ich kann mir bloß die Jans hier mitfüllen, wie er selber in der Zeit da gewohnt hat. Und da wäre es natürlich sehr fein, dass du mit Metteile wirst. Und da wären viele andere Mannen und Fruis, die von dir vielleicht in diesem Videokrattier geworden sind, die sagen, Mensch, wenn du das dort kon, dann kann ich das auch. Wenn Gott deine Sachen kon drehen, dann kann ich meine auch drehen. So, was sagen wir mit Metteile? Die haben einen Eingang, nicht? Ein Mieter. Ein Mieter. So, wenn ich möchte mit anfangen, wo du mit deinen Eiern angefangen hast, und wo du die besten Hände gewohnt hast. Ja, danke nochmal, Eduard, für die Einladung hier, das ich konnte mit Metteile. Das sind zehn Jahre drei. Aber ich wollte mal anfangen, wo wir uns befrieden, wie in 2002. Ich befriede mich mit Jolanda Petersch. Das ist ein Strommehl. Aber ich wusste dann auch, dass sie nicht ein gesundes Hort hat. Sie sagten, wir nennen das hier ein Zoppel. Ich weiß nicht, wie ich das nennen habe. Oder mal dort ist ein Loch, was das Hort hat von einer Siedlung untersehen. Aber wenn es so befriedigt wird, wie vor dem Doktor leider das Tast, dann sieht der Doktor, dass wir das nicht machen. Und dann gehen wir das Leben lang. Das denken eher zu sagen, dass wir vielleicht nicht ganz so normal sind, wie wir sind. Wir sehen, dass sie in der Früh viel Energie haben und viel Mäut verwandt. Und wir haben einmal in 2002 befriedet wie uns. Und wir können aber nicht kennenlernen. Ich werde das hier einmal erwähnen. Und in 2003 hatte sie einmal einen Tumor gehabt. Und hier ist das an der linken Seite. Das ist das Wort, das uns redet. Und dann werden die Leute apparieren. Und da haben sie natürliche Doktor. Und sie haben eine Sälbung. Und so haben wir drei Jahre. Und in 2016 musste sie eine Operation haben, wie die Tumor war. Und dann werden wir die andere Doktor reinnehmen. Und in 2018 wird die andere waren. Und dann werden wir die andere Doktor reinnehmen. Und dann werden wir die andere Doktor reinnehmen. Und dann werden sie wieder durchführen. Und dann werden sie wieder durchführen. Und dann werden sie wieder durchführen, weil sie in ihrer Zeit waren. Sie sind viel schwanger, die heute nicht mit ihr, die wisst ihr doch gar nicht. Sie wird immer leichter, aber sie verliert immer. Sie hat viel verloren. Ja, und nun wird wiedergeworfen. Ja, nun, wie sie fragt, und uns denkt, ob er so war. Das ist, was uns denkt, menschliche, denken wir nicht. Aber wie vorhin sagte er, und er sagte, du fangst sich frei, und er fragt, was er lacht. Dann sagte er, das ist so ein Fan, das ist ganz okay. Okay, nein, ich will dann kurz vertreten. Und das war ein Fan, und wenn sie nicht mehr Prank geworden sind, und wir haben eine andere Meinung, ob er so abgepasst hat, denn ich wurde Prank geworden, wenn wir wissen, dass er wenig an den Tisch stand, dem nicht mehr in den Türen drehen, und ich weiß, dass er nicht einmal geschafft hat. Und das ging nicht mehr, dass der Doktor, der er so sah, und er sagte, das war so ein Tüter, das wird schlammert sein. Und was ich will sagen, die Chemotherapie wird nicht abgeholt, und wenn sie nicht Prank wird, können wir den Türen nicht ganz durch, und den Trattament, oder nicht. So, dann ging es wieder, das ist das so, und sie können aber, wenn sie den Zoppel hat, das habe ich mir schon erwähnt, wenn sie den Zoppel hat, können sie das nicht durchdrehen, den ganzen 9 Monaten, also sie können bloß drehen, dass ich wegdrehe, und dann musste sie wegdrehen. Durch diese Zeit, auf einmal seht der frühe Doktor, sagte er, ich habe eine Frau, auf dem, die das hat, auswählen würde, einmal sollte er nur sein beim Horddoktor. Und dann fuhren wir noch einen Doktor, und die Doktor, sei ein Fenerdoktor, und die möchten in kleinen Tagen, und die nächste Woche kommen, dann seht er, hey, die frühe ist eine große Gefährlichkeit, und die kann ein Leben verlieren, richtig? Das ist ein großes Jahr vor. Ein großes Jahr vor. So, das passt, wie wir die Kinder wegnehmen, wenn ich mit mir in der Früh, vielleicht die L.A. verliere. Ein Bettstab. Ja. Ich sagte auch, ein Mensch, in mir sagte, dass wir einfach ein Bett nehmen, und ich sagte, dass der Weihzeug wurde, das ist nicht ernst, dass das passiert ist, wie heute abgepasst wird, weil wir dachte, dass wir früh nicht an den Tisch stehen, dass wir das können handeln. Also, das ist Gott, das wir hier haben geführt, und das hat hier geschauft. So, wir wollen hier nicht die Hand nehmen. Wenn das Baby ... 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 Das hat Gott gemacht und das hat er nicht gemacht. Du sagst zu Gott, ich gebe meine früheren Männchen ab, du bist in deine Hände. Wenn wir das sehen wollen, dann werden wir kein Mensch geplant haben. Der Doktor ändert sich mit seinen Gedanken. Aber wie soll er dich fragen? Dann fragt er einen früheren Doktor, und dann sagt er, wenn der Doktor die sich behandelt will, dann fragt er einen anderen Doktor. Dann fragt er ihn, und er mag ihn entfernt sein. Dann fragt er ihn, ob er was soll und wie soll. Er fragt er ihn, dass er in der Früh eine große Gefährlichkeit ist. Er kann in irgendein Moment weich sein. Dann ging er weich. Das muss schwer sein. Man kann sich beschreiben, dass er schlecht ist. Der Doktor sagt, dass er nicht weich ist. Er erklärt er mich nicht vielmals. Er sagt, er ist eine große Gefährlichkeit. Und er hat erst ein Loch aus dem Haar. So. Meine Früh sprach nicht. Drehend. Und er hat das Trübel auch. Aber das geht wieder. Und er kämpft das dreieinartig weg. Man muss das drüben nehmen. Und das ist okay. Das ist okay. Das ist okay. Das muss man sehen. Wenn ich da im Hospital bliebe. Meine Früh war okay. Alles durch. Dann sagt der Doktor sich mit mir zu tun. Und er sagt, er will es lieber ein Ding sein. Aber hier in Chihuahua, wir können doch da. Und er sagt, er wird das, dass er die Früh wird. Wow. Das ist ein Ding. Das wird alle. Das wird stoffen. Und das ist die Zeit. Und ich sage, dass ich nicht. Das ist alles. Das ist die Zeit im Leben geblieben. In deine Früh. In meine Früh. Und Gott hat ein Wunder geblieben. Ja. Und du und deine Früh vertraut Gott. Dass das, was immer er wird, er wird das Recht geben. Er wird das. Und wenn du nicht ein Gott hast. Wenn du nicht ein Gott geholt hast. Wisch vor mir das. Für die Menschen wird das nicht handeln. So. Und du vielleicht auch in seiner Sache was das. Vielleicht weißt du auch nicht wie es handelt. Er vertraut Gott. Seine Früh vertraut Gott. Und Gott wird das gut ausbrechen. Und das ist das Recht wie für Gott. Genau. So. Nun habe ich von dir. Ein Feierjahrschmeldchen. Ein Zeierstrommeldchen. Meine Früh. Der ist nicht gesund. Wir waren wieder Doktor. Nur dem. Dann sind wir nach den Phoenix hier vor. Und haben du gesagt. Wir sind in Florida hier vor. Okay Phoenix ist in den USA. Und in Florida auch. Ja. Wir haben nach Wara gesagt. Und wir können bloß nicht anfangen. Der Tumor. Der Wasp ist immer Wara. Und da kamen wir den Moment. Wo wir bei Montserrat auch dort losleuten. Wir sagen zu Gott. Hey. Du hast dich nicht wollt heulen durch Mersin. So wie das wir haben. Aber von dir haben das nicht geschafft. Hier ist der Früh. Du kostest dich auch ohne Mersin heulen. Und da haben wir uns gedacht. Das wird bloß einfach aufgegeben. Und vorher. Ich werde wieder mit dem Doktor reden. Das hat alle. Das können wir tun. Wie wir wollen. Und jedes Mal. Ich denke immer bloß leer. Und leer. Und leer. Und leer. So von der ersten Dach. So kann ich reden. Und so kann ich gerne. Wenn es inzwischen passiert. Aber irgendwie. Oh ja. Wenn wir das nicht aufgelegt haben. Dass wir nicht mal wo der Doktor. Dann. Dann. Es wird ab einmal. Warten und zum Beispiel. Warten. Warten. Ich werde mal eine frische Tasse machen. Bloß mal ein Tee. Wo ist das. Der Tumor. Und dann. Das ist eine Surprise. Nur wird 30% klein sein. Das Tumor. Wie du nicht mal Doktor. Nur wird es klein sein. Und er. Es ist eine unterschiedliche Falle. Das geht eben danach. Bloß auf. Wo der Tumor. Der war kleiner. Und das ist ein Tee. Doch. Ab einmal. Dann. Er verstanden. Das wird nicht mehr. Reicht und sein. Dann fängt sie an 30 Sekunden äuß in der shoppingstrainer. Und dann fängt sie an 30 Sekunden am Haus und lege sie in die Wund. und bragt sich die Knie in den Arm. Von dort an kann sie nicht mehr gehen. Er war ein halbes Jahr, als sie vorgestellt ist. Durch diesen Tumor kriegt man sich die erste Leute, wenn es die Drehung ist. Er kann mit ihm nicht mehr eine Übungen haben. Er kann nicht mehr verteilen mit ihm. Er kann nur etwas, ob er nicht eine Übungen haben kann. Es muss schwer sein. Ihr habt bestimmt ein Geld, ihr habt immer ein Geld, ihr habt immer ein Geld, ihr habt ein Geld, ihr habt eine Bärbara geboren, die Christen. Stellt euch mal fest. Du hast eine Früh, du kannst nicht mehr vernünftig reden mit euch, aber ihr lebt. Ihr lebt. Und du bist Gott dankbar für die Früh, für die Früh, was ich dir gejubt habe. Ich glaube Gott, wird uns eine schwere Sache geben. Ich weiß nicht, was ich in dieser Situation habe. Viele von euch, die Tochter, haben vielleicht auch eine ähnliche Geschichte. Was willst du mir sagen können? Was willst du mit mir sagen können? Wer hältst du die Böe? Wer will die Bibel lesen, beten und sowas? Das ist doch, was die Böe halten, die du in der ganzen Frau gesagt hast, in deiner Familie leben. Dankeschön für diese Frau. Stahl, das würde ich unbedingt erwähnen. Die Gemeinde, die Böe ist sehr für uns. Viele Menschen in der Welt Böe sind für uns. Erst wenn es die Freundschaftsfläche noch breit wird, und ich glaube, die Personen, die Böe sind, die Böe sind für uns. Viele, Deutschland, Belize, wo immer, viele Städte. Wir lesen die Bibel alle Tage, da ich mit Art Haube sehr viel, vor sehr lange nicht lesen konnte. So, da ich auch ein Bibelleserplan nehme, damit ich sagen kann, wo ich lesen will, damit ich nicht bloß dort lesen will, was mich interessiert, oder was ich will. So, es wird immer dort zu sagen, wo ich so lesen, jeder Tag, in den Olden Testament, oder im Nieden Testament, lesen mit Art Haube. Ich weiß nicht, wovon sie mitkrieg, oder was ist das, wenn sie mit Gott in Wut. Sie kommt, wie kommt, immer zu tun. Sie sagt, wie das dort ist, es ist immer ein Schaf, aber sie kann nicht, nicht fertig machen. Ich sage, noch danke, für jeden, wer das hier hat, für die Gebärer. Und, was ich noch, aber auch will, umregend, sind meine Mutmerken, läuft in der Früh, habt Gemeinschaft mit ihnen. Ich weiß nicht, die Kinder, ich meine, weil, wenn sie das nicht in der Früh tun, wo das nicht hin, nicht hin, nicht hin, nicht hin, mit der Früh. Das fehlt einem, so nötig. In einer, kennt du das, vielleicht, sehr viele Versuchen. Ein, einem fehlt das an der Gemeinschaft. In einer, kennt du eine große Versuchung, aber Gott sei Dank, er hilft ihm auch, das zu drehen. Aber meine, ich weiß, die Titel von dir ist so schwierig, in der Welt. Und, dass wir das vielleicht so vermissen, dann, aber nicht vermissen, ob er das doch lohnt, dann, die übertragen kann, mit der Früh, einfach, ein Freund, wo geht die, und, wo könnt ihr helfen, sind die Institution. So, bei uns ist das so, ich, er, 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 vor Scanbon, soalal, aber, er kann das früh, dercil, er, 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 wo estruct Ну, und er, 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 Und du hast nicht das, wer mich das in Ordnung merkt. Ich bin deins für die Gemeinde in der Arbeit. Aber als ich gesagt habe, die Gemeindestätten, und mit dieser Kraft kann ich das tun. Und ich danke, Herr, dass er mich diese Kraft gibt. Ich kann das nicht tun. Sehr gut, Brägeert. Ich glaube, das hast du so gut gesagt. Und ich habe hier viele mitgebracht. Mana, leufe jene Frühjahrs. Frühjahrs, leufe jene Mana. Er hat ein ganz anderes Verhältnis mit seiner Früh. Er kann nicht das tun. Ich stelle für alle Versuchungen, die er hat. Das ist ja alles sehr. Und das hat ihm grünlich sehr wei. Ich kenne nicht jeder an seinen Stimmen. Er hat Thron in seiner Ehe, wenn er bei der Drede steht. Das hat wei im Hort. Da kann er mich nicht mal verstellen. Das ist ja alles sehr. Wir können uns das gar nicht verstellen. Das ist gar nicht einfach. So er fragt ein paar Mal, du betest für mich. Weil wir für seine Mana und seine Frühjahrs beden. Du und ich haben nicht gehofft, um zu beden. Gott hat uns gesagt. Wir sollen mit ihm reden. Er ist uns Vorder. Er ist uns Gott im Himmel. Er sagt, wir sollen noch anbeden. Wir sollen mit Gott reden. Hei derdacht. So hei fragt, ob ich würde veranbeden wollen. Wenn du dann denkst, duid veranbeden. So hat die Heilige Geist. Wollt Gott ihm was Kraft geben, diese schwere Tüde wegzumachen. Hei haft ein kleines Mial. Und der Mann kann nicht dort däunen, mit dem Mial, wo eine Frühjahrswelle däunen. Aber du machst dort nach Bogen, ab nach däunen, wo die eine Frühjahrswelle däunen haben, mit der Dochter. Denn das war sehr fein, sind Zeugnisse hier von uns Brüdern haben. Als sie sehr froh das Tüde, hei seine Geschichte haben, wird mitgedeutet. So, wenn du dich in die Tür setzt, dann kriegst du dir ein Video an und denkst, du hast keine Hoffnung für mich. Du hast auch Hoffnung für dich. Wir haben einen gröten Gott im Himmel. Hei seht, hei keine Angst, hier habt ihr sie ehrt, hei starft für unsere Sünde, so wie die können geraten werden. Du hast ihm angenommen, deine Frühjahrswelle angenommen. So nicht wie aus Bräutansässer uns hier einander Mildmerkel. Bitten an euch einmal und gehen unter Mildmerkel. Wir können unsere Geschichten mitteilen mit unseren Menschen. Und du hast keine selbstgeschichten, vielleicht bloß mit Onder. Aber die Idee ist jetzt selbst hier. So, Bräut, würdest du vielleicht noch eine Sache für euch mit Mitteilen wählen? Tja, eigentlich war ich noch wohl unbedingt Mitteilen, was ich hartst erlebt. Das war eines zu uns. Dann wir hatten, ich brach an die Dochter zu schlau, und dann da ging mir in die Früh. und ich gehe mit Mild. Und dann käme mir seine Stimme an, so nicht rum, wach. Nicht gut, wach. Und du hast mir auch gefützt, das Versch an, Matthäus, Kapitel 11, Verschachend, finde ich, wo das sagt, dass wir selten ankommen, wenn wir Mild sind. Wenn wir Milden belohnt sind, und heute wird ins Halbe. Und dann knallt ich meine Hände, und ich sehe, das ist wie ich von der Ozie, ich sehe, kaputt, ich kann nicht wieder. Ich brach die Hände, und ich kann das bloß nicht wiedergehen. Und der Herr ist auf der Krupp. Das macht ich bloß mit. Wenn die Mild sind, und die können vielleicht nur den Gedanken auch nicht wiedergehen. Der Herr ist immer reiht im Halben, und er sagt selbst, und sie wird, komm nur mir, ich will helfen, und meine Liste ist nicht schwer. So, das möchte ich bloß mitteilen, in den Gottessehen, wenn sie in vielen Maut und in das euer Leben stark verweichtigen, wenn es dort so erscheinen, was der Herr hat gemerkt, der Euer, dort wird besonders, wenn die Welt hat, wenn sie auch ganz nicht merken, ob er die gothafte so erscheinen gemerkt, wenn wir dort nicht entdecken. Sehr viel mal Dank, Schäber, Jit, in Lever-Tor-Häucher, ich glaube, heute hat sehr schmuck gesagt, Gott wird uns immer bestellen. Er sagt, er wird mit, er hat sich in ein paar Sekunden ich will ihm voortranen von diesem Problem, dann sieht er, luist, er tut das nicht, er knallt sich an, und fragt Gott nach Hilfe, und Gott geholfen hat, er hat ihm geholpen, und er wird ihm wiederholfen, er wird auch die wiederholfen, versichert. Er kann das sein, meine Frühen, er wird kregen, vom Motorräts, und er hat sich nicht das Dächer gewonnen, aber wir haben auch Träubel, aber Gott wird immer helfen, er wird uns nur sehen, und er hat sich Gott sehr dankbar, dass wir keine solle schmucke Zeugnisse aus das, vom 3. und 6. hier in der ganzen Welt. So, wir wünschen dir und deine Familie noch einen schönen Tag mit Jesus. Vielen Dank, Schäber, Jit, für das fäne Zeugnis, wo Gott die und deine Familie wiedersehen. Dankeschön, Gottes Sehen.